Jetzt kommst du mich dann am Arsch, jetzt bin ich fertig geil! Und jetzt sollen wir hier noch ausrasten mit Zuckerrohr. Nein, ich will nicht zwei aufeinander, ich brauche jedes einzelne Zuckerrohrdingen, zum Zuckerrohr abpflanzen. Jetzt soll ich sicher noch zu wenig dabei haben. Egal, für etwas bin ich ja hier, damit es wächst, oder? Eigentlich würde ich dort jetzt Melonen anbauen, aber ich habe keine. Melonen! Das meine ich! Ey, dein Inventory-Twecks-Spinzomen, warum? Du normal! Wie in einem richtigen Mod. Du hast zu funktionieren, nichts anderes. Das finde ich auch. Ah ja, ein Spiel, welches ich euch noch empfehlen könnte, ist Left 4 Dead. Jös. Da habe ich in letzter Zeit mal ein wenig angezogen und ich muss sagen, ein Pyck! Es kommt einfach Horden über Horden und du musst es einfach wegmähen. Und zwar wortwertlich mit der Sagi, weisst du, mit der Motorsagi. Komm, welcher Junge wollte ich nicht schon immer mit der Motorsagi rumspielen? Und da darfst du es sogar, eh, weil es Zombies sind. So, es reicht zwar nie, aber egal. Für etwas haben wir ja hier ein Pflanzfeld, damit es wächst, oder? Pflanzfeld vor allem... Ich genie-häse! Ich müsste echt einen Genie-Award bekommen. Nobelpreis für den gröbsten Hirn der Welt. So, ähm, dann würde ich mal sagen, jetzt wo wir so weit sind, und ich noch schnell zwei Brünen Brötchen mache aus dem Weizen, den ich hier gesammelt habe. Das letzte Mal vorher, das ich eigentlich schon lange machen wollte. Zack! Jetzt gibt es noch ein Brot draus, geil, so. Jetzt gehen wir hoch, in mein Lager, vielleicht das nächste Mal mit 1,5 drauf. Vielleicht sind Mods noch nicht updated, vielleicht ja schon. Ähm, ja. Vor allem warte ich zuerst, bis alle wirklich so Mini-Patches durch sind, weil es sind immer solche Bugs drin und solche Zeuge. Äh, gut. Dann würde ich sagen, wäre es das gewesen mit dem Let's Play Minecraft! Mit dem SwissLP, ähm, einzig wahres SwissLP 97. Und, äh, ja, danke fürs Zulagen. Ane miteinander! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft! Ja, ähm, das hier ist jetzt eine kleinere, ähm, spontane Aufnahmesession, weil ich da nur schnell ein paar Videotapteien haben will, für, damit ich heute noch raufladen kann. Ja, ich bin ein bisschen schlecht umgegangen damit. Ich habe gemeint, ich hätte noch mehr Führung, aber ja. Ähm, ja. Was ich jetzt als erstes mache, ist, das habe ich als Tipp überkomm, ähm, da unten, beim Enchanting Table, gehen wir mal da unten, äh, da unten, ich schlaue immer noch drinnen da, ich bin immer noch viel zu gross, dass ich da unten, wenn da die Fockle auf dem Bücherstel wegnehme, dann da, dass die Zugkraft würde beeinflussen. Aber es ist immer noch maximal, äh, 28, aber egal, ich lasse gleich so. Ja, und ich habe immer noch eine Termination und ich bin immer noch 1.4, ja, nicht 1.5, weil mich noch immer noch auf die Mods-Updates und so warten. Und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Wenn ich ehrlich bin. Ja, wir könnten mal auf die Suche noch ein bisschen Melonesamen gehen, eigentlich. Aber ich weiss nicht, ob ich das anstellen soll. Oder sollen wir mal den Raum bauen, den wir könnten. Das Höllenportal rein tun. Wäre auch noch so etwas, was wir bräuchten. Jo, 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 äh, ja, und die Musik ist auch wieder anders, weil sich doch einige darüber beschwert haben. Und wenn wir noch ein bisschen auf höchstem Masse sind, und da wollen wir ein bisschen Level farmen, kommen da noch mehr. So, ja, 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 da hat es Steine. Da hat es auch wirklich Kohlen mehr, da hat es noch mehr Steine. Da hat es nichts mehr drin, da hat es auch nichts mehr drin, da hat es noch mehr Steine. Heimumwoll. Danke mir. Ja, das war mein Telefon, falls man es gehört hat. Und falls nicht, auch egal. Halte ich gar nichts mehr mitnehmen. Verdammt. Ja, mal gut anblicken, die Wahr. Ich glaube, ich sollte meine Wahr mal anschreiben, aber ich kann das doch nicht auswendig, wo das Zeug alles versteckt ist. Da. Ja, so ist gut. Und das Eis ist da oben. Nein, da. Nein, da. Nein, da ist Lava. Nein, nein. Hey. Hey, hallo. Hö, sicher da. Oder da. Die nächste Obstkiste. Lol. Ja, ich klappe mich wieder. Wir haben noch einen Diamanten. Ohohoho. Ohohoho. Ja. Mit dem können wir aber nicht so viel anfangen. Weil eben nur einer ist. Wir können höchstens eine Schaufel draus machen. Und ja. Es könnte halt sein, dass ich die Aufnahme, während ich in einer Höhle bin, abbreche. Aber ja. Das merke ich dann schon früh genug. Aber irgendwie fühle ich mich gar nicht so richtig bereit für eine Höhle Erkundungst... Oh, Dämmen. Wie blöd bin ich. Für eine Höhle Erkundungstour. Zug, 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 Zug. Hier ja. Wo ist es? Leck. Schon mal ungell. Äh. 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 Ja, ich suche wieder nach Eisen, ich bin verpeilt. Ich hoffe mal, dass ich nicht stirbe. Jetzt wäre ich sehr schlecht, wo immer das Mob-Drop-Zeug hier oben. Sandstone-Blumen. Zu essen habe ich noch genug, Holz. Holz war hier drin, oder hier, hier. Ich setze einfach mal den Rest da rein, weil es mir jetzt anscheisst, alles so genau zu sortieren. Ich hole noch etwas Wasser, bevor wir in eine Höhle gehen. Fackle. Da. Jetzt habe ich sicher noch welche, aber das ist mir jetzt eigentlich egal. Da. Da oben. Viele nehme ich mal mit. Vielleicht komme ich noch Wogen über das rohe Fleisch. Ich lasse hier. Da. Äh, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir hauen wir es. Äh, die Spitzhacken. Nehme ich nicht mit. Aus Gründen. Dreck. Dreck habe ich vergessen. Wo ist da Dreck? Da. Nein, da unten. Äh, die Rüstecke sollten langen. Äh, so. So. Mal schauen, ob wir irgendwo in der Nähe eine Höhle haben. Eine Anständige. So. Na ja. Töne. Und, so. Und, so. Ich hole Wasserkübeln nur, weil ... Wagen... Ahhh! Ich... ...mitte ich kann ... ... die Lava weg essen und so ... Ich auch noch. Ich verstehe. Irgendwo da hatte es eine Öle, das weiss ich noch. Oh, das Loch ab. Und wir ignorieren jetzt mal gekommen alle... Ausser zu Eisen, das nehmen wir mit. Oh, hallo. Äh, leckt mich doch. Und jetzt sind da gerade Melonesamen drin, am besten. Ein Kübel, ein CD, bla 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 bla. Zeug, die es auch braucht. Kaukaubeine, geil. Geil. Ein relativ unepischer Spanner war das, aber egal. Hauptsache ein Spanner. Ähm, ja. Ah, da sind sie. Du weiss nicht, was er in dem Mann. Ah ja, und ähm, ich danke mittlerweile auch für 98 Abonnenten an dem Tag, als ich das aufnehme. Äh, ja. Es will wohl nicht so schnell werden wie meine 100. Ähm. Ja, schade. Aber egal. Das kommt noch. Es kommt noch früh genug. Ich spüre es. Es ist schon mal gut, dass da keine Viecher kommen. Oh mein Gott, das ist nachher auch wieder ein Kunststück, um rauszukommen hier. Jetzt wieder reisen. Äh, mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ah ja, müde. Auch noch gerade. Da runter vielleicht. Ja ja, da sieht es doch mal schön aus. Da können wir mal mit arbeiten. Oh. Hallo Bats. Badmans und Badgirls. Hehehe. Schöne Musik wieder. So. Hey. Böse Fahrradledermaus. Und ja, ich habe schon mal gesagt, dass es eine kurze Aufnahme ist. Ich werde vielleicht in den nächsten Minuten wieder hören. Einfach nur. Zum sagen, dass da nur ein Creeper ist, der gerne mit mir kuschelt. Aber ich nicht mit ihm. Nur einen Arsch. Ah, Wasser. Dort oben jetzt das Eis gehabt. Ich kann es sehen. Ich höre eine Spinne. Das finde ich uncool. Hallo Wasser. Hallo Fackle. Hallo Fackle. Das heisst, hier bin ich schon mal gewesen. Hehehe. God of Combination bin ich, he? Sauber kombiniert, Watson. Dann kommt's. Oh, hey. Na, kuscheln. Hör mal. Dort hat's Gold. Au. Hey. Find ich jetzt fies. Äh, da müssen wir noch eins hängen. Uäh. Brava. Himmel Arsch. Ich glaube hier gefährlich. Uäh. Nein. Oh. Please survive. Hey, komm. Komm schon. Nein, ich habe ja Wasserkübel. Uäh. Himmel Arsch und Zwirn. Was geht denn hier? Du Arschviech. Du Arschviech. Hey. Hint ihr das jetzt gesehen? Huh. Also ich habe das Fies gefunden. Äh. Oh. 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 Himmel Arsch.